Du kannst deine Videos ganz einfach in echte Eyecatcher verwandeln, mit animierten Maskenüberlagerungen. Wähle dazu im Assistentenmodus Videoanpassungen und klicke auf animierte Masken. Wähle ein Video und die gewünschte Überlagerung. Klicke dann auf den Effekt Spurmaske Key und staune. Ein origineller Effekt. Auch als Überblendung Zwischenclips. So einfach ist es, Videos kreativ zu bearbeiten.